Unser Körper leistet jeden Tag Wunderleistungen. Unser Immunsystem schützt uns vor Krankheitserregern, das Gehirn steuert über elektrische Signale unsere Muskeln und das Herzpumpt pro Tag bis zu 10.000 Liter Blut durch den Körper. In unserem heutigen Video stellen wir Dir 5 Ursachen für eine unzureichende Durchblutung vor und wie Du diesen entgegenwirken kannst. Wenn Dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal, aktiviere die kleine Glocke und sei gespannt auf die Videos, die wir täglich für Dich hochladen. Das Blut hält uns angetrieben von unserem Herz am Leben. Die Blutgefäße des Körpers versorgen unsere Muskeln, Organe und jegliche andere Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen. Zudem sorgt es im Falle einer Verletzung für eine schnelle Regeneration und ist für den Transport von Hormonen zuständig. Doch es gibt viele Ursachen, die unseren Blutfluss behindern können und somit die Funktionsfähigkeit des Körpers beeinträchtigen. Nummer 1 Diabetes Nicht nur eine ungesunde Lebensweise kann zu schlechter Durchblutung führen, sondern auch genetische Faktoren und Krankheiten. Diabetiker leiden Studien zufolge deutlich häufiger unter Durchblutungsstörungen als Nicht-Diabetiker. Gerade wenn Diabetes unerkannt bleibt oder die Einstellung des Blutzuckers nicht richtig erfolgt, können Gefäße geschädigt werden. Zu viel Zucker im Blut führt dazu, dass sich Ablagerungen an den Wänden der Blutgefäße bilden und diese den Durchmesser der Arterie verringern. Infolge fließt weniger Blut durch diese. Diabetiker sollten bereits frühzeitig auf durchblutungsfördernde Maßnahmen und Therapien zurückgreifen und viel Bewegung in ihren Alltag integrieren. Nummer 2 Krampfadern Krampfadern sind auf eine genetisch bedingte angeborene Bindegewebsschwäche zurückzuführen. Krampfadern, die auch Varizen genannt werden, sind dabei nicht nur ein kosmetisches Problem, sie gehen oftmals auch mit Durchblutungsstörungen einher. Die Venen in den Beinen besitzen spezielle Venenklappen, die dafür sorgen, dass das Blut nur von unten nach oben fließen kann. Das Bindegewebe kann bei einer angeborenen Schwäche nicht genug Druck aufbauen. Dies resultiert in mehr Blut, das in den Beinen bleibt. Dadurch werden die Venen in den Beinen und Füßen gedehnt, bis die Venenklappen diese irgendwann nicht mehr verschließen können. Somit wird das Blut nicht daran gehindert, zurück nach unten zu fließen und das Resultat sind Krampfadern. Personen mit geschwächtem Bindegewebe haben allgemein ein höheres Risiko für Durchblutungsstörungen und sollten deshalb auf genügend Aktivität im Alltag achten. Auch das Anwenden von kalten Wasserbädern kann Abhilfe leisten. Dies sollte allerdings vorher mit einem Arzt besprochen werden. Das Hochlagern der Beine empfiehlt sich ebenfalls und kann die Blutgefäße entlasten. Fettleibigkeit kann zu vielen Einschränkungen im Alltag führen und begünstigt die Entstehung von Erkrankungen. Aber auch eine eingeschränkte Durchblutung kann mit Fettleibigkeit einhergehen. Forscher haben einen direkten Zusammenhang zwischen Adipositas und Durchblutungsstörungen hergestellt. Auffällig war zudem, dass adipöse Personen auch häufig unter Durchblutungsstörungen des Gehirns leiden. Diese stehen im Verdacht, Demenzerkrankungen wie Alzheimer auslösen zu können. Wenn das Gehirn nicht ausreichend durchblutet wird, kann die Lebensqualität maßgeblich beeinträchtigt werden. Das Gehirn bekommt nicht genügend Nährstoffe geliefert und Müdigkeit und kognitive Beeinträchtigung können die Folge sein. Adipositas führt außerdem zu Ablagerungen in den Blutgefäßen, die im schlimmsten Fall Auslöser für einen Schlaganfall oder Herzinfarkt sein können. Adipositas ist sehr gefährlich und senkt die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern um bis zu 6 Jahre und die von Frauen um bis zu 7 Jahre. Die Vorbeugung von Adipositas ist sehr wichtig. Gerade eine gezielte Ernährung, bestehend aus viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten, kann Adipositas vorbeugen oder adipösen Menschen helfen. Zudem sollten fettige Lebensmittel gemieden werden und der Alkoholkonsum auf ein Minimum beschränkt werden. Das Trinken von genügend Wasser, mindestens 2 Liter pro Tag, hilft dabei, den Appetit zu regulieren und regt die Fettverbrennung an. Nummer 4 – Thrombosen Eine Thrombose ist eine gefährliche Gefäßerkrankung, bei der sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß bildet und dieses verschließt. Gerade in der Schwangerschaft oder bei langer Inaktivität wird die Entstehung von Thrombosen begünstigt. Thrombosen werden oftmals nicht erkannt und können zu Lungenembolien führen, die potenziell lebensgefährlich sein können. Meistens sind die tiefen Beinvenen von Thrombosen betroffen. Mögliche Symptome sind eine Schwellung des betroffenen Beines mit Spannungsgefühl, gerötete und eventuell bläulich verfärbte Haut sowie Überwärmung der betroffenen Stelle. Unerkannte Thrombosen schränken langfristig die Durchblutung des betroffenen Areals ein. Der Verdacht einer Thrombose sollte immer ernst genommen werden. Mit ausgewogener Ernährung, regelmäßigen Untersuchungen beim Arzt und ausreichend Bewegung kann die Entstehung eines Blutgerinnsels effektiv verhindert werden. Nummer 5 Verengte Blutgefäße Wenn sich Blutgefäße verengen, kommt es zu gefährlichen Gefäßverengungen, die die Durchblutung einschränken. Die häufigste Ursache von Gefäßverengung ist die Verkalkung von Blutgefäßen. Dabei lagern sich Cholesterin, Kalk und Blutplättchen an Gefäßwänden ab, die sich in Folge verengen. Blutgefäße verlieren mit der Zeit zudem an Elastizität, dies begünstigt die Verengung ebenfalls. Langanhaltende kalte Hände und Füße können ein Anzeichen einer Durchblutungsstörung, die durch eine Gefäßverengung ausgelöst wird, sein. Auch Taubheit und Gefühllosigkeit in Gliedmaßen sollten stets ernst genommen werden und von einem Mediziner abgeklärt werden. Verschiedene Krankheiten gehen mit einem hohen Risiko der Gefäßverengung einher, aber auch eine ungesunde Lebensweise begünstigt diese. Gerade das Rauchen, fettiges, cholesterinreiches Essen und wenig Bewegung sind weitere Risikofaktoren für die Entstehung und Verengung in den Blutgefäßen. Es scheint zudem, als gäbe es genetische Faktoren, die ebenfalls mit höherem Risiko der Arteriosklerose einhergehen. Die Forschung hat bis heute keinen Grund gefunden, weshalb junge Menschen mit einer aktiven Lebensweise an verengten Gefäßen leiden. Dies liegt nahe, dass bisher unbekannte genetische Faktoren einen Einfluss haben könnten. Unser heutiges Fazit Eine dauerhafte Überlastung, zum Beispiel auf der Arbeit, Bewegungsarmut und chronischer Stress. All diese Faktoren begünstigen eine schlechte Durchblutung. Doch was kannst Du tun, um die Durchblutung langfristig zu steigern? Das Thema Bewegung ist das A und O. Ausreichende Bewegung führt dazu, dass der Körper ausreichend durchblutet wird und stärkt die Blutgefäße. Gerade Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen eignen sich ideal, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und Gefäße zu stärken. Auch bei normalen Alltagsabläufen sollte möglichst viel Bewegung integriert werden. Auf der Arbeit könnte man zum Beispiel mal die Treppen anstatt des Aufzugs verwenden. Aber auch die Ernährung beeinflusst unsere Durchblutung maßgeblich. Fetthaltiges, ungesundes Essen führt zu einer frühzeitigen Verkalkung der Blutgefäße. Ausgewogenes Essen mit einem hohen pflanzlichen Anteil hingegen kann Durchblutungsstörungen effektiv entgegenwirken. Der Gang in die Sauna oder ein kaltes Wasserbad eignen sich ebenfalls, um die Durchblutung anzukurbeln. Allerdings sollte stets Rücksprache mit einem Arzt gehalten werden. Es gibt vieles, was man tun kann, um einer schlechten Durchblutung vorzubeugen. Trotzdem gibt es Krankheiten und genetische Faktoren, die trotz einer aktiven und gesunden Lebensweise die Durchblutung beeinflussen können. Deshalb ist der regelmäßige Gang zum Arzt unerlässlich und Vorsorgeuntersuchungen sollten unbedingt wahrgenommen werden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen!